Pärchen-Alarm bei Antonia Hammer und Paul Janke. Das Internet kocht, wir müssen reden. Nach dem Ende ihrer vorherigen sehr kontroversen Beziehung ist sie in letzter Zeit vermehrt mit Paul Janke bei verschiedenen Dinner-Dates oder Motorrad-Ausflügen und dergleichen zu sehen. Beides sind auch im aktuellen Cast von Kampf-Larality-Stars und haben dort bereits in Episode 1 in den Einzelinterviews übereinander gesagt, dass sie sich sehr angezogen voneinander fühlen. Aktuell sieht man auch auf Antonia Hammers TikTok-Profil dieses doch romantische TikTok. Dort sind beide beim Tanzen zu sehen, zu romantische Musik und das hier ist die Caption. Klingt sehr nach Emotionen. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare und lasst uns darüber reden.